Wie kommst du jetzt nachher unten? Ganz einfach. Hier, Porzellan-Blein. Ist doch gar keiner. Was? Hört doch mal Zeit, dass das Sauerstoff nachproduziert wird. Ich komm bei euch nicht rein, ne? Echt nicht? Nee. Oh, doch. Äh, nee. Player ist ein Meter. Spaß. Also jetzt, wo ihr schon alle da seid, dann... Voll! Ey! Weißt du was? Ich hab auch eine Kohle rausgekriegt und ich hab zwei Moonrock gesiebt. Ich bin besser als du. Weißt du, wie Melville da so in der Ecke guckt? Ist da jemand? Wo sind... Hä? Wo ist die ganze Kohle hin? Hier... Uschi, wo ist denn die ganze Kohle hin? Bei mir. Warum? Warum nicht? Uschi? Uschi? Mach das in die Kisten rein, wo es hingehört. Uschi! Keine Ordnung hier in den Kisten. Was soll denn das? Alter! Oha! Cassie! 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 Da! Cassie! Ganzhaft ist das dein... Hier, Mevin. Muss... Was? Wenn wir jetzt Lava bekommen, dann müssen wir das hier abbauen. Was müssen wir abbauen? Moonrock. Achso. Ähm... Okay, dann... Datei ist... Tyrox! 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 Hier! Er verfolgt halt nur dich! Scheiße! Hätte ja klappen können! Hätte ja klappen können! Oh, was hat denn der gedroppt? Irgendwas Grünes! Und Fleisch... Oh, Kopf! Haha! Und Fleisch! Hattet ja alle Köpfe, das ist wohl Scheiße! Oh mein Gott! Besser, ey, du hast heute einfach nur... Fail! Oh Gott, ich bin irgendwie grad gut drauf. Ach, wirklich? Ich auch. Ja! Ey, ich wollte sieben, du Knallbrunnen! Weil sie einfach mal wieder alles bei mir landet. Oh. Ey, ernsthaft! Und ich hab's wieder im Inventar! Zehnprozentige Dropshank! Ich kann das einfach... Boah! Sorry, wie brauchen wir denn überhaupt von dem Rock? Oh. Moonrock. Ich kann nicht mehr... Äh, so viel, dass man... Dass wir sieben... Äh, Clay haben. Ich bin schon weh! Okay. Oh, wir brauchen immer noch eine Kartoffel und Pumpkins. Jetzt mal gucken, ob die anderen welche haben. Ja, kann ich ja nix für. Na doch, du siebst nicht ordentlich. Ich sieb Kohle, lass mich. Ja, wir brauchen das andere, das ist wichtiger. Dann, dann mach du das. Pumpkins, Kartoffeln. Ich hab die Quest erledigt. Ich mach's euch wieder rein, keine Angst hier. Ja, ja, frischer Tat, als hab. Dislike, die Drecksau. Hallo? Ja? Raus aus dem... Der Kriminell auf dem Mond. Warum ist... Na? Gute Frage, warum? Weiß ich nicht. Gute Frage, Pudney. Ich wollte dich beschützen. Ah ja. Ah ja, Eik. Du wolltest mich beschützen. Ja. Und aber ich wollte dich beschützen. Wo ist denn der? Weiß ich nicht. Der steckt... Oh, da hinten ist er. Harald! Alles klar, wir werden Tyrox und ihn wiedersehen. Oh, ich hab Tränen in der Ohren. Warum? Was? Wieso? Warum? Wieso? Weshalb? Äh, warte mal. Wir haben ein Mitte Ohr. Ja? Ja, setz dich mal drauf. Ach, Cassie, Cassie, Cassie. Also echt, der ist voll bequem. Was hast du denn? Ich kann die Quest abschließen. Wer mit diesen... Was brauchen wir? Brauchen wir ein Goodback, ein Gold oder Gold? Äh... Mit Heating-Fink. Ich bin bei I Need My Rock. Ja. Genau. Hast du das? Ja, doch! Du hast ein Schokopane oder ein Rewardback. Wir haben Gravel bekommen. Fröhlich. Ich geh jetzt. Ich hab nur noch... Okay, putz. Ich muss meine Flaschen wieder auf... Melvin, komm mal kurz her. Oh, in welche Richtung rennst du, damit ich weiß, dass ich da nicht hinrennen darf? Cassie? Cassie? Weißt du was? Weißt du was? Nein! So. Ihr könnt Cassie nicht behalten, ich brauche es dann auch für den Keller. Cassie? Ja? Was machst du gerade? Ich vertraue dir nicht, du willst mich heimlich um... Ich habe nämlich nur noch ein Herz. Und was machst du? Ich sehe, dass du vor der Tür stehst. Nee, ich... Also wenn, dann lass mich wenigstens voll-racken hier. Wo... Wo ist der andere denn? Da ist der Kopf. Scheiße. Ja gut, das Racken geht hier auch mal ganz langsam vonstatten. Oh, ich habe wieder Ärzte gekriegt. So, nächste Kiste. 10 Kiste, 10 Kiste. Jep, 10 Coale! 10 Kiste Kiste! Kiste, Coale Generator, Sterling Generator. Was ist denn besser? Tayrox? Hm? Sterling Generator oder Kiste 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 Kiste? Machen wir doch nicht so eine Angst, Mädel. Mensch, das geht gar nicht. Also echt mal. Irgendwie brauche ich... Wieso werden hier leere Tanks reingemacht, aber nicht aufgefüllt? Deswegen. Wo komme ich jetzt hin? Oder nein? Fueling ab, Filt, Oika. Was suchst du denn? Nichts. Melting. Pure... Der kennt es nicht. Kohleblock. Was ist los? Ernsthaft? Ich habe ein Kuh-Ei... Wieso lachst du? Alles. Bleib mal da, bitte. Machen. Erzähl. Du hast ein Kuh-Ei. Ja, seit wann kannst du Eier legen? Oh-oh-oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Jetzt. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Nein. Hui. Aus. Es schmeckt nicht. Geh weg. Geh weg. Rettet mich. Rettet mich. Die Tür geht nicht mehr... Die Tür geht nicht mehr... Ich darf was ganz tief hier... Raus mit dir, du bist wieder ein ungebrückener Gast! Warum geht euer Tor nicht mehr zu? Achso, ich hab dir vorhin eben... äh... Raus... Ich hab ein... Q-Spawn-Ei bekommen... Läuft... Wir schaffen das... Irgendwie... Oh Gott... Ich hoffe es wird nicht... Gleich... Nacht... Ähm... Wir brauchen... Einen Eimer Wasser... Wenn nicht machen wir einfach das hier... Da kann niemand mehr rein... Ja okay, niemand... Das ist wirklich niemand... Äh... Hä? Scheiße... Scheiße... Ähm... Cassie, was ist los? Warte... Genau, jetzt... Ah, ja, okay... Timmy-Trip... Ja... Hier Cassie... Also deine Ordnung... Ähm... Rox... Muss ich fragen, warum... Okay... Also Cassie... Nächste Aufgabe... Soll ich irgendwas dazu sagen? Fair Note... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ach du... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Hast du... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben... Oh mein Gott... Äh... Wir brauchen ne Transfer Note... Ja... Bitte sage mir... Das... Dann... Ich hab's mit den Spawn-Eiern heute... Ernsthaft? Ich hab's... Ich hab's natürlich... Äh... Das da... Brauchen wir... Zuckerrohr? Elf? Ich hab's schon wieder... Ich hab's schon wieder... Paul... Cassie... 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 Guck mal... Ich hab deinen Freund... Ich hab deinen Freund... Da! Guck den mal an... Guck den mal an... Ähm... Ach Cassie... Nein! Der hat wieder einen Paul... Ja... Wir haben einen Paul... Das ist sehr, sehr... An dem darfst du gerne deine Wut auslassen, Cassie... Ähm... Ja... Dann musst du sagen... Wenn du mal eine Quest abschließen willst... Hier... Warte... Ich... Wir machen eine für dich... Cassie... Komm her... Ähm... Das... Das... Hier... Komm her... Quest abschließende... Eins... Zwei... So... Oh... Normalen... Stein... Na dann nicht... Dann löse ich die jetzt ein... Enderlilyseeds... Kaktusseeds... Nimm bitte die Enderlilyseeds... Nimm bitte die Enderlilyseeds... Ähm... Machst du die Lava vom Eimer wieder hier rein? Ähm... Wo rein? Äh... Ne... Warte mal... Warte... 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 Ähm... Nicht hier hinten... Wie macht man nochmal einen Stern? Ist das schon ein gebrannter Ofen gewesen? Ne... Äh... Den musste erst brennen... Machst du... Hier den... Lavaeimer rein? Da hinten im Loch? Hier ist ein... Hier ist ein... Cassie... Cassie... Hallo... Keine Sorge... Okay... Jetzt können wir Lava herstellen, obwohl wir massig Lava haben... Wow... Das nächste ist... Das Hammer auch? Ne... Nein... Ähm... Nicht diskonnect... Hä? Wieso kann ich das nicht... Hä? Ach das ist ein Öl-Könester, den Hammer doch nicht... Ach das ist ein Öl-Könester, den Hammer doch nicht... Also alles wieder rein... Ist das ehrlich? Ich weiß nicht... Ähm... Wie heißt dieses... Pur-A-B-Somite? Transfer-Notes... Hm... Das lass ich Cassie herstellen... Pur-A-B-Song-Ingots... Ähm... Woher, Alter? Ähm... Aus... Du Ur-A-B-Song-Nuggets... Ah... Oh... Aus Colored Oak bekommen wir... Oh... Ne... Hä? Ähm... Du brauchst drei... A-B-Som-Dust... Ein Deer... Und ein Flint... Dann kriegst du das... Äh... Ja... Achso... Ah... Wir haben... Haben wir Gold? Ne... Wir haben glaube ich gerade... Gleichzeitig das... Das gleiche Rezept aufgeschlagen... Und beide gleichzeitig A-Gesagt... Du darfst nochmal sieben... Bis wir Gold haben... Yeah... Doch, doch, doch... Ich muss produktiv sein... Ich hab Zuckerrohr angepflanzt... Ich muss produktiv sein... Ähm... Melvin haben wir irgendwo... Nein... Hm? Ah... Ich bin jetzt auch produktiv... Ich bin auch Zuckerrohr... Ähm... Redstone... Okay... Ich hab Kaktus gemacht... So... Also Redstone... Hab ich dann 20... Plötzlich... Das hast du dich schön gemacht... Das geht auch... Äh... Toi... Jetzt machst du alles kaputt hier... Wenn das Tissi erfährt... Die tötet mich wieder deswegen... Haha... Die tötet... Verdient... Boah... Alter... Autsch... Burn... Ach Gott... Ach Gott... Erschreck mich doch nicht so... Tauert dir einfach zufrieden... Tauert dir einfach zufrieden... Also was muss ich denn jetzt sieben? Und Flasch ist da... Äh... Genau... Mach dich schlau... Musst du dir kurz raus... Dann kannst du das grad mal selbst sieben... Nein... Ich muss erst mal essen... Damit ich wieder voll der Herzen kriege... Essen kannst du auch auf dem Weg dahin... ... Ach Cassie nimm's nicht so übel... Hey... Ach... Können wir diese Kisten nicht mal ordentlich machen? Frau, mach ordentlich. Wieso, ich versuchte mich zu hauen? Ich bin gleich wieder da. Okay. Okay. Der versuchte mich ernsthaft zu hauen. Genau da, wo Tarok steht, lässt er die Tür offen. Ja, dann töte ihn. Kannst du sagen.